drei tage art music fashion show und mittendrin crocs die croc stores in österreich sind auch 2013 wieder partner des world body painting festivals erlebt eine woche lang kreative künstler bunt bemalte menschen und allerlei lustiges treiben live und direkt am see seit dabei fünfter bis siebter juli in pertschach am wörthersee